Einmal die Hitschätze, willkommen zu eurem Laufwerk S22-Fisch-Hall-Impact-3-Warsom-A-P-S mit wenn du den Gamer, na, an den Fabi. Hallöchen. So, was ging, als ein Dritter zurückgegeben und mein Deutz angesetzt aufs Tiefen lockern und ja, dann hab ich festgebracht. So, ein guter Soja-Bönchen wieder ab. Ja. So. 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 Jetzt können wir ein paar Beine verkaufen, klar. Mhm. Die können Beine verkaufen. Ach. Moin Fabi. Servus. Tja. Achso. Ich will euch das schon auch sagen, heute letzter Tag vorbei zurück zum Ansehen. Ansehen. Ja. Ne. Doch. Doch. Komisch ist denn das, Alter? Naja, egal. Dann seh ich irgendwas nächstes Jahr an. Kann man noch was anderes ansehen mit Ströll? Der erste. Hafer. Nächstes Jahr noch? Hafer nächstes Jahr, ja. Ja. Ah, ok. Der ist in ein kleiner Stau zwischen Drescher und IHC. Meine IHC? Deiner. Meine. Ach. Guck mal, hm. So. Äh. Zum. 151 ist das, glaube ich, oder? Bin ich da am Ackern. So. Ach komm, du blöde Fichte, Alter. Sonnland 151, unter Pfad. Gut. Danke. So. So. Ich würde es ja echt wundern, wenn der Schlepper gleich überhaupt noch irgendeinen Satz vorwärts macht. Hm. Ja, ich habe die ganzen Spitzen so weit immer geschnitten, dass ich die mit der Hunter schnell drauf tragen kann. Weil das ist ja einfach 15 Meter oder ja teilweise 15 Meter, die aber ja nichts wiegen. Aber da habe ich halt jetzt alle Spitzen auf dem Hänger. E. Ja, jetzt ist halt wohl der Übel. Okay. Ich denke, ich habe das Nr. 1. 2. 3. 3. 3. 4. 3 Spitzen, dann haben wir es. Warte, okay. Dann haben wir hier vierter. Ich darf jetzt zweifelig, dass ich damit noch da reinkomme. Zack. Der ist gekappt, der ist gekappt, da hinten liegt nix mehr, glaube ich. Da liegt erstmal nix mehr. Die anderen haben alle keine Spitzen mehr. Sehr gut. Ich werde gleich wieder außen noch die Bahn machen. Oh, kein Problem. Lämpf. Dann sind wir schon gleich durch. Also da. Aber das ist jetzt sechs. Wer ist mit deinem Feld, Ossi? Ja, was ist mit deinem Feld? Ja, schon lange. Hä? Ich bin so schnell fertig mit Grobern. Ich habe noch nie mal angefangen zu dröcheln, Alter. Ich bin ja immer noch an meiner Mission, aber jetzt sind wir fähig. Das Problem ist, ich muss Vollgas auf meiner Mission geben. Es gibt ja ein Problem, wenn du die Mission fertig hast und die aber nicht fertig machst, bevor wir neu starten, weißt du? Aha. Oder du musst dir Zeit lassen. Oder was? Möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Jetzt habe ich hier so einen Kack Deutz knadeln vor mir. Nicht meiner. Ne, nicht deiner. Ja. Dieser Einzylinder Wuppelduppel, der hier rumgluckert. Aha. Ja. 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 Ja, ja. 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 so jetzt bin ich gespannt ob ich den operello da rein krieg hier so ich weiß es weiß nicht so etwas macht man nicht wir haben die es geplant wollte auch etwas mit passen abnutzers machen nächstes jahr oder alles nur wann ist die aussage 6 nächstes jahr wann ist die aussage aussehen nächstes jahr obwohl dann denke ich mir schon ein feld zu machen aber ich nehme einfach dieses ding stelle ich will das müssen wir wir hier liegen 5 6 rum und hier ist der letzte der siebte das ist dumm jetzt gemacht scheiße alles naja ruf heimfahren lassen ruf 1 abhängen das ist enttäuschend alle spitzen zusammen von den zehn bäumen oder so waren nur 5000 nütter so dann in den klas rein kurz sechs ballen verladen oder sieben jedenfalls glaube ich da war ein verladen verkaufen fahren da steht viel wahllos der ihd wo ist meiner wo ist meiner nein nein du lauers du lauers du lauers ach das ist schergie ist der bei dir am feld steht ja okay hat gedacht wenn er bei dir am feld steht das ist da noch ne vielleicht haben wir doch mal sehen würden so nee ich muss nicht so sauber schapeln hallo kann ich die beiden auch noch wann ist das ne schieße hier gut dann ich hätte mich angedrillt äh dann n w w w Spannengut Strom was es drauf ist auf der spannen gute kannst du auch nicht mehr wieder runter nein wie ist das was anderes auch mit der sparen konnte kann es runter aber hier in ns könnte zuerst der anhänger auseinanderbrechen ihr wenn wir die ein bisschen überziehen weil wie schon gesagt kann sonst nicht ja naja gut wow schön und noch zwei bein wenn wir mit aufladen fertig dann kann er nur kurz zum verkaufsort gehen und dann sind wir auch fertig mit den ganzen missionen hier so fahren wir so zum hohen so das ist ein Ankoppeln. Das geht ja wieder. Oh, zu Wernas. Oh, zu Wernas. Oh, zu Wernas. Jetzt mal anfangen zu dröscheln. Oh, zu Wernas. Oh, zu Wernas. Oh, zu Wernas. Oh, das ist so klar, dass ich drehen muss. Oh, zu Wernas. Oh, zu Wernas. Oh, zu Wernas. So, warum hat mir niemand gesagt, dass hier ein Zaun ist? Das ist ein Zaun. Jetzt muss ich halt zahlen. Ja, guck, 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 Geiser. Wann sind wir ja quit? Jetzt haben wir uns soweit. Jetzt zahlt er. Witt pro Kuh. Was ist denn mein Anliegen, Alter? Was ist denn mein Anliegen? Ja. Hier. Was ist denn mein Anliegen? Ja, tolle Semmel. Also, der muss ans Ziel kommen. Der muss auch ans Ziel kommen. Ja, Kriser ist schuld ran. Toller Senf, Alter. Oh, du bist kalt. Warte mal zu. So, es ist die 151, ich kann schon mal weg. Da, 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 da. Wie viel kostet das dieses Ding da hinter meinem Hof? Das ist doch nicht. 14.000, Gott. Dann kaufen wir mal das, dann haben wir gekauft. Höhe. Ein Stück. Jungchen. Warte. Hey, Jucken. Oh, nie. Nein, nicht. Wie, nein. Hey, Jucken hat Google reagiert. Ja, das ist doof. Ja. Jetzt kommt meine eine Mission nicht fertig. Naja, ich habe den Wert von den beiden mitgenommen. Das ist auch schon gut. Warte. Jetzt nur noch die beiden abladen. Kriegen. Jucken. Ach, fuck. Stimmt, deswegen ist das, weil dann die Spannworte... Digger. Du bist der größte 31er Ballen, wo ich gesehen habe. Ich hoffe, das weißt du. Ja, wir haben heute ein bisschen produktiv nach Hause. Fuck, jetzt geht der los. Dann haben wir hier schnell die Spanngurte wieder rum. Du hast gesagt, man bezahlt nichts, wenn man unfärtige Aufträge abgibt, oder? Ja. Also, es sind halt 8000, aber ich glaube, ich will jetzt nicht meckern, ich glaube, ich habe die 8000 auch eingenommen, Leute. Würde ich jetzt mal einfach schätzen. Wenn nicht, dann ist es plus minus, Leute. So, gut. Dann bin ich jetzt fertig. Alles klar. Dann würde ich sagen, war es das mal, Volker. Für das, die Folge von Lassi-Dobchen da, schreibt auf den Passiertag vorbei. Bis dahin, dran auf den Dolk und dann tschau. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 言